Wenn das jetzt mit den anderen Waffen genauso gut klappt, dann, äh, Gnade dir Gott, Kollege. Okay, das bockt schon mal nicht. Ich muss erstmal was finden. Fire! Geht theoretisch klar. Aber ich muss ihn praktisch erstmal so weit haben, dass ich ihn anfeuern kann, also kannst du vergessen. Shield! Macht das viel Schaden. Ich habe nicht gesehen. Also, ich muss nochmal machen. Shield! Oh, Shield macht viel, mui, mui Schaden. Komm her. Du kleiner Lutscher. Haha, jetzt meinte ich glatt. Äh, our Shield. Okay, falsche Taste. Also, ich glaube, bei diesem Kampf muss jetzt echt alles sitzen, damit man überhaupt eine Chance hat. Okay, aber ich hatte ihn schon... Ach, ich vergesse die ganze Zeit das Reden dabei. Nein, nein. Läuft doch super. Das ist im Prinzip nur ein bisschen Training, was ich hier brauche. So, ein bisschen ausweichen. Scheiße, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Hat er Marsch. Ja, okay, jetzt ist es vorbei. Nochmal. Okay, 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 okay. All, Shield. Schade, 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 Schokolade. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Was fällt dir denn ein, du dreckiger Frosch-Schenkel-Fresser? Ich weiß nicht, warum du Frosch-Schenkel frisst. Ich will's auch nicht wissen, aber ich werde immer besser. Ich werde dich gleich irgendwann ganz gewaltig in den Arsch wumpsen. Schade, 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 Schokolade. Okay, so auch nicht. Egal, das wird, das wird, das wird. Ich fühle mich schon ähnlich wie in einem Mario-Hack. Die ganze Zeit Safe-State. Nur noch am Safe-State-Laden. Schade, jetzt hat er mich. Boah, was für ein Schaden der macht, ne? Schade, schade, schade. Der ist ganz schön hart. Wobei, im Prinzip, wenn man sein Bewegungsmuster raus hat, geht er. Also ich meine, er war schwer. Aber wenn ich ihn jetzt habe, ich brauche ihn im Prinzip nur noch einmal, zweimal zu treffen. Einmal, hat gereicht. Ja! Bambadam, 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 pappadam, 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 pappadam. Ich bin der Godfather of Killing. Bamm, 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 bamm. Wer will mich kuscheln? Ich kann euch sagen, wo ich wohne. Mädchen mit Interesse, meldet euch. Bamm, 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 bamm. Weil ich bin mega, wenn ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut, also bin so gut, ich bin so... You're more powerful than you were before. Du bist wie stärker geworden als zu vorher warst. Und seh doch die Grafik an. Er hat sogar Blut im Mund. But Sigma is much more than he appears to be. Aber Sigma ist viel mehr alt als er, nachdem er aussieht. You're going to need an Edge. Ich glaube, das heißt so viel wie, ich glaube, du brauchst Hilfe. Edge, weiß ich nicht. Kannte? Hä? Take my arm cannon and your attack power should increase. Please, nimm meine Armkanone und deine Power sollte, deine Angriffskraft sollte steigen. Good luck, Edge. Viel Glück, Edge. Blablabla. Ah, warte. Ah, ich will schießen. Und ich will deinen Arm. Proto Man, du bist tot. Du bist sowas von tot. So, ich kann mich doppelt aufladen und komische Sachen machen. Ist das aufgeladen, das dauert ja auch nicht ein halbes Jahr oder so. Ich will erst mal speichern. Tolle Möhre. Kollege, ganz ehrlich. Natürlich. Okay. Ich muss... Oh mein Gott. Ready. Yes, ich bin ready. Ach ne, ich hatte ja einen stinknormalen Buster. Das sollte auch reichen. Warte. Oder, habe ich irgendwas Schildbrechen? Das nein, habe ich nicht. Aber das kann ich probieren. Das nimmt ihn dann, haha, von hinter. Nee, ich will... Von unten. Nein. Na. Ah. Egal. Egal. Ach, leck und nie, oh. Okay. Was? Kann ich auch normale Schüsse jetzt aufladen? Hä? Was habe ich getan? Ich leuchte in Regenbogenfarben. Das verstehe ich nicht. Ich bin gerade voll verwirrt. Okay, aufladen. Okay, so nicht. Schade. Äh... Pam! Na, bitte, bitte, bitte. Okay, ich schaffe das. Gut, vielleicht nicht so, aber... Hä, wie habe ich denn das gerade gemacht? Okay. Lol. Ich verstehe es nicht. Was habe ich getan? Ähm... Ähm... Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was willst du tun? Wie komme ich da rüber? Ich komme da gar nicht rüber. Ah, ich könnte auch einfach hochspringen. Okay. Scharfe Sache. Pam, 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 pam. Okay, das war nicht der Plan. Plan. Okay. Der Plan gefällt mir schon besser. Äh... So, das soll es nicht sein. Das soll Ex-Buster sein. Du kannst das doch nicht einfach blocken. Das ist der Oberbuster. Maaaaaam! Okay. Das hat bis jetzt immer funktio-nuckelt. Junge! Das ist schön. Immerhin habe ich das Leben. Äh... Angenehm. Ja, da kommt doch immer ein neuer... Aber, aber... Du... Geh doch auch sterben. Okay. Ich sehe schon, das wird so nichts. Warum wird das so nichts? Warum nicht? Das will ich haben. Mann! Ey! Das kann doch nicht sein. Ja. Mega-Mensch. Stirb doch mal. Mega-Man, du bist so eine Ober-Lutsche. Lutsche, genau. Ich habe Lutsche gesagt. Du bist eine Ober-Lutsche. So. Das klingt flott. Na. Man lobt Mega-Man einmal in seinem ganzen verhurten, dreckigen Dasein. Und sagt mich mal Danke. Hallo? Hä? Konnte er sich da doch noch dran... Bitte, 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 bitte. Äh! Äh! Kann das denn sein? So. Äh... Safe-Safe-State. Okay. Das geht so nicht. Mal gucken. Da, 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 hoch. Nein, Safe-State. Hoch. 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 Nein. Okay. Okay. Nein, das war's nicht. Okay, das war's auch nicht. Bei Mario wüsste ich jetzt, aha, Drehjump, auf diese Scheiße drauf. Und gut ist, was fehlt mir? Leute, sagt mir, was fehlt mir. Was habe ich in welchem Kack-Level vergessen? Okay, ich gucke. MAAAAAAN! Mega man! MAAAAA! Ich stelle das erstmal hoch, man sieht sich.